Wer ist weiter? Oh, die verfolgen mich zu zweit. Kannst du vorne leuchten? So, ich geh mal von außen ran. Juhu, Kill! Endlich mal wieder ein Kill, Herr. Lang, lang hat es jetzt gedauert. Das war ja schon grausam, wie lange das jetzt gedauert hat, bis mal wieder einer war die Flint. Aber wir höhen uns jetzt richtig wenig los. Wir verlieren wieder A. Äh, Hilfe. Wo bist du? Wo steht der? Seht ihr nicht. Ich höre eh nur irgendwas zu Feuer. Das war ja von uns. Ja, aber ich weiß gerade nicht, irgendeine... Irgendwie hat eine Sperre auf mich gefeuert, ich weiß noch nicht wo. Ja. Ich werde jetzt nur irgendwas machen, aber sonst... ...sehe ich nichts. Aber du hast hier ein Lead. Warte, ich geb dir. Okay. Natürlich, ganz hoch. So, Spawnbiegen ist jetzt auch wieder. Also jetzt sind wir safe hier mit der Position. Das ist auch kein... Wir bauen uns mit dem Schutzfall auf. Da hüben war noch einer. Haben wir das auch schon wieder... ...gegangen worden. Ich habe hier zusätzliche Munition. Ja, gut, das ist... Jetzt ruhig. Das ist just boring. Ja, hast du recht, Alchemist. Das ist echt langweilig, wenn du nicht rauskommst. Ah, da ist er. Das ist dieser Alchemisten-Arsch. Ne, das war doch nur... Who... What? Who... Ah, ja. Oh, da kommt eine Galaxy. Ups, sorry. Sorry, Freund. Sorry. Sorry. Ähm. Das war mein Fehler. Das ist mein Fehler, aber es tat mir leid. Hat aber ausgesehen wie ein Feind. Deswegen habe ich ihn geschossen. Ja, ich stehe so halb im Spawn drin. Also, wenn mein Schild guckt, wahrscheinlich durch den Ding, nö. Oh, unter mir? Ah, Burel. Ah, man haben die Namen, da kriegst du halt Knoten in der Zunge und keine Ahnung. Ja, aber jetzt komme ich langsam wieder rein. Jemand hat das Geschütztum gehackt. Geschütztum? Ja, und jetzt killt mich wieder der Alchemist. Nein, Blankler. Keine Ahnung wie. Hm, Sunny? Sunny kommst du rüber? Wer hat mich... Wer hat mich mit dem Fahrzeug ab... 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 Fahrzeugabwehrgranate gekillt? Haha. Na, dann kommt er nicht. Also, dann muss ich da mit dem Spawn wegkommen. Er hat Glück gehabt. Ich habe ihn zu spät gesehen. Oh, da hat echt jemand das Geschützturm. Warte, ich hole ihn mir schnell. Nein, nicht holen. Nächste Kreml. Warum? Na, einen habe ich getötet. Aber er hat mich... Selbstmord. Scheiße. Warum muss mich ein eigener killen? Muss das sein? Nein, das muss nicht sein. Aber es ist pleite Zeit. Da passiert sowas. Verlangsgeschütz... Es ist kill. Bäm, 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 bäm. Da ist ein Feind. Ich kill. What the hell? Bleibst du stehen? Ja. Oder Leerbliegen ist mir auch recht. Boah. Jetzt kommst du als Spione. Aber wie arg. Da sind Spione hier rum. Eiern. Caption A und C. Oder B. C ist gut. Na, schon wieder. Schon wieder dieser Marduk. Sunny, kommst du rüber? Oder? Lass du mich liegen? Weißt du, dann spielen sie Sunny und lassen einen Kameraden einfach liegen. Föcker hat eigentlich gerade erschossen. Und schon wie... Alter, ich hab jetzt kein Bock mehr. Oh, da ist... Jetzt kommt endlich eins Sunny. Und halt mich. Irgendwas beschießt hier. Irgendwas. Oh, unser Thunder was down. Na, Gott sei Dank haben wir noch einen. Ja. Ja, meiner. Du kriegst gut Punkte oder durch. Ja, das schon. Das stimmt. Das krieg ich jetzt haufe. Wie viele Minuten Spawnzeit? Na. Was? Was ist das? Wie viele Minuten hast du noch besser die Spawn? Achso, ja. 6 kommt. Ich spawne jetzt. Es ist er down. Geplatzt. Spawn Beacon weg. Alles weg. Alles oder hinten ist der Ordner. Ja. Ja. Schau was da angeflonnt. Kommt eine Beraterung. 30 Geils. Und ne... Ja, genau. Das ist auch sehr... Sehr ungünstig. Steffen. Aber ich versuch. Treiben die uns echt noch weg hier? Dass die uns echt noch weg drücken? Oh, Anti-Amex, komm her. Das stimmt. Das kann ich eigentlich auch holen, ne? Aber was auch, da kommt ganz viel Infanterie. Besondere Probleme, aber... Oh, Gott. Hast du ja Anti-Amex? Na gut, der Sandy ist auch down. Ich geh mal in Deckung und dann gibt's ne Spawn Beacon. What the fuck? So, Spawn Beacon. 30 Leute über... Ich denke gerade 30 Leute über den Spawn Beacon. Einfach darüber gerannt. Oh, Gott. Nein. Ja? Ja, die verfolgen mich. Ja, jetzt haben sie mich. Alter, mit Auraxium Waffe. Mit der Betelgeuse. Lebst du noch? Ja. Warte, dann gebe ich dir das Lead und dann machst du hier... Beertarnung. Spawn Beacon. Lass mich kommen. Alter, wie knapp das... Oh, jetzt hinter dir ist einer. Der verfolgt dich. Wann hat dich? Warte? Der ist direkt hinter dir. Über... Über mir. Sagen wir's so. Hä? Ja, über mir. Über dir. Okay. Zwei Stück. Warte, muss die wechseln hier, warte. Sollte schnell spawnen, soweit es steht. Ja, äh... Wenn's äh... Ja. Ich hoffe, dass du zwei bist oder sowas in der Art. Ja, ja, ich... Ich renge gerade im Berg hoch. Da oben sitzt. Folgen die dich? Äh... Kannst du mal setzen? Nein, ich hab sie nur halber voll. Einer verfolgt mich. Ja, äh... Hock dich in die Tarnung, wenn er dann vorbeikommt. Ah, das... Ich hab keine so gute Tarnung. Ich hab nur die... Alter, der hat... Jetzt hat er meine Mine. Er ist direkt hinter mir. Oh. Welche Waffe hast du dabei? Nein. Die M4. Und, äh... Normale Pistel. Er nimmt mir... Nimm mir die Pistel in der Hand. Und wenn er dann kommt, ähm... Du fahrschaut, was mit der Pistel reindrücken. Und dann mit dem... Messer hinterher. Was haben wir dann? Mh... Wahrscheinlich, aber... Der ist weiter... Aber die verfolgen mich zu zweit. Hehehehe. Kannst du spawnen euch die stillen schon? Nein, immer noch viertel. Wieder mein Aufbruch. Das unterschätzt mich ne... 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 Weaver. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich hab noch ein Viertel Leben. Ich weiß nicht... Wo sie sind. Ich setze einfach, wenn ich wieder setze. Sonst ist okay. Ich warte so lange. Ja, wenn ich kann, setze ich es. Aber es fehlt noch ein Viertel, fehlt immer noch ganz. Ein bisschen. Ich will so lange mein Implantat... Was? Ich kann immer nicht auffüllen. Was? Achso. Implantat-Energie. Ich hab schon wieder fast schon... Ähm... Eierimplantate... Hab ich schon wieder fast zu viele. Ja, sie sind weg. Ich seh keinen mehr. Ah, da unten rennt einer. Jetzt hab ich ihn verloren. Oh, jetzt bin ich gestorben. Ach nein. So lange ausgewichen und dann noch Selbstmord begangen. Egal. Aber, wie ich die Uhr sage, ist das jetzt auch schon das letzte Mal gewesen. Dass ich gestorben bin. Was sagt die KT? Wenn ich spawnen könnte. Könnte ich es euch zeigen. Ah, so. 1321, ganz miserabel. Und ich würde sagen, das war's für heute und für diese Aufnahmesession. Bis zum nächsten Mal. Wieder mit EpicKiller zusammen. Haut rein und tschö. Ciao.